Das ist Camilla. Camilla arbeitet in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Sie ist für die Verwaltung der laufenden Verträge verantwortlich. Früher verwaltete sie die Wiedervorlagen mit Hilfe von Papierakten und einem analogem Kalender. Vor einigen Jahren führte sie dann die Verwaltung mit Kalender im Outlook ein. Trotz dieser Verbesserung, das Managen der Wiedervorlagen im Outlook und die Suche nach den passenden Verträgen im Dateisystem kostet jeden Monat viel Zeit. Kürzlich hat Camilla die iPassuite entdeckt. Mit der Einführung hat sich vieles verbessert. Die iPassuite ist ein Dokumentenmanagementsystem der neuesten Generation. In der iPassuite sind nun alle Verträge sicher gespeichert. Über die Wiedervorlagenfunktion bekommt Camilla heute automatisch die Verträge zur Bearbeitung digital vorgelegt. Sie wird einfach per E-Mail an Termine erinnert. Ein Blick und sie sieht direkt alle fälligen Verträge. Die iPassuite hat schon alles für Sie herausgesucht und übersichtlich aufbereitet. Sie kann den Verträgen jetzt ganz einfach Bearbeitungsvermerke und Kommentare hinzufügen. Oder sie kann den Vertrag digital an Ihren Chef und an den Kunden übergeben. Verträge kann Camilla jetzt auch direkt in der iPassuite digital signieren. Kein altmodisches Ausdrucken, Unterschreiben und wieder Einscannen. Einfach und schnell, alles direkt an Ihrem PC. Das spart Camilla viel Zeit und Ihrer Firma damit viel Geld. Vertragsverwaltung kann so einfach sein. Mit der iPassuite der ITS.com Das spart 간in Euro mine zusammen. Die Bernie S.com Was einあり登録よろしく Zeit und alles in Mine. Ich resARIKE. Ich les Sie alle daran, dass sie diesen Tag miteinander machen. immer wiederholen ik nego und mittagDidnゴ! Bis dahin。 Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020